Naja, ich habe den Ton schon gehört. Wir kommen zum Einsetzungsverfahren. Auf geht's. Also ich muss den Ton noch weg sehen. Ja, der war schlimm. Die Klasse der Tauben. Das hieß so Die Klasse der Tauben beschäftigt sich jetzt damit. Ich habe jetzt andere Beispiele gefunden. Ich spule mal ein kleines bisschen vor. So heißen die beiden Gleichungen. Na, ist mir noch was eingefallen. Irgendwas. Was auch immer. Die habe ich nicht umsonst so gemacht. Das kann ja durchaus mal sein, dass eine Gleichung schon fertig mit y ist gleich geliefert wird. Und ich kann sagen, y ist also das Wert. Nämlich 3x minus 4. Und wenn es das Wert ist, dann kann ich doch diesen Wert auch in die zweite Gleichung so einsetzen. Denn leichter geht es ja nicht. Das hier setze ich hier ein. Ich schreibe also, damit ich wieder weiß, was los ist, 1 in 2. Die erste und zweite. Das kann auch mal umgekehrt dastehen. Dann setze ich die zweite in die erste ein. Das wäre nicht das Problem. Die zweite schreibe ich also ab. 3 ist gleich. Jetzt kommt 2x plus. Und jetzt statt y sage ich 3x minus 4. Statt des y schreibe ich das rein. 3x minus 4. So. Jetzt ist es eigentlich gelaufen. Jetzt kommt Handwerkszeug. Jetzt habe ich schon eine fertige Gleichung. Und da ist kein y mehr drin. Die lässt sich lösen. Also sage ich zusammenfassend. 3 ist gleich 5x minus 4. Lässt sich leicht ausrechnen. Das ist jetzt alles Handwerkszeug. Das ist kein Problem. Und ich komme dann auf bestimmte Werte. Also 7 Fünftel ist x. Das y lässt sich so ausrechnen, indem ich jetzt die erste Gleichung schnappe. Die ist ja schon y ist gleich. Das steht ja schon locker da. Und jetzt statt das 3 mal x ist. Statt des x ist setze ich die 7 Fünftel ein. Das Einsetzen ist nicht besonders. Minus 4. Jetzt der Rest ist wieder Handwerkszeug. Also einfaches pures Rechnen. 21 Fünftel. Wie man das rechnet. Also gehe ich jetzt nicht drauf ein. Zum Ablesen. Vielleicht wenn ich mal doch was skizzieren will. 0,2 beziehungsweise ein Fünftel oder hier 1,4 beziehungsweise 7 Fünftel. Einsetzen deswegen. Weil ich direkt etwas in eine andere Gleichung einsetze. Das ist der ganze Trick am Einsetzungsverfahren. Natürlich muss man manchmal ein bisschen aufpassen, dass wenn etwas multipliziert wird, ich mit Klammern arbeite. Aber das ist ja bekannt. Hoffe ich. Jetzt habe ich mir noch was einfallen lassen. Und zwar habe ich für die Übung zu Hause, habe ich nochmal drei Gleichungen gemacht. Und ich bitte darauf zu achten, hier sollte man ein bisschen aufpassen. Bei der ersten, bei der ersten Aufgabe, also die würde ich an eurer Stelle jetzt zu Anfang erstmal umstellen. Da kann man nicht tricksen, da kann man nicht addieren. Dann habe ich hier 4x und habe hier bloß noch 3y. Das ist gleich 3. Dann habe ich wieder eine Gleichung mit zwei Variablen. Unlösbar. Geht nicht. Gleichung mit zwei Variablen kann man so, nur eine einzelne Gleichung mit zwei Variablen kann man nicht lösen. Gleichungssystem schon. Bei der zweiten, ich glaube das schreit nach Einsetzungsverfahren. x ist nämlich das ganze rechte Wert. Also setze ich es hier ein. Achtung. Jetzt muss ich aber hier eine Klammer drum setzen. Wenn ich sage 2 mal 4y plus 5, dann muss ich das in Klammern setzen und dann ausmultifizieren. Dann geht das. Und bei der dritten, das schreit ja wieder danach. Plus y, minus y. Das würde ich an eurer Stelle addieren. Und jetzt kommt noch eins, was ich nicht gezeigt habe. Das heißt, wer sich dann traut, der macht noch die vierte Aufgabe. Und da ja Addition und Subtraktion eigentlich das gleiche sind, es geht bloß um die Art der Zahlen, habe ich die noch hingeschrieben und schlage vor, ihr subtrahiert das mal schön sauber voneinander. Also 4y minus 3y und x minus x und 3 minus 4. Und geht dann mal bei und mal sehen, was bei übrig bleibt. Denkt dran, dass ihr immer die beiden Variablen ausrechnet bei jeder Aufgabe. Beide Variablen ausrechnet. Wenn ihr dieses Ding durch die Hand gehen lasst, Mathe muss ja durch die Hand, dann habt ihr es wirklich geschafft, dann haben wir die Vorstufe dazu, dass wir dann auch mal mit ein bisschen kniffligeren Dingen arbeiten können. Denn ihr habt das Prinzip verstanden und darum geht es mir. So, das war der Rest. So wird sich in der Klasse der Tauben verabschiedet. Ich mache das Video dicht. Viel Vergnügen. So wird sich in der Klasse der Tauben verabschiedet.